Ich glaube, er hat mich gehört und sucht mich jetzt, aber was tue ich jetzt? Oh, da ist er wieder. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja, das kann sich jetzt hier noch mal vom Stundenhandel. Ist er da? Ich weiß nicht mal, was ich machen muss. Wo muss ich überhaupt hin? Also hier die Tür war zu... Ich bin jetzt hier. Okay. Ah, der spriert mir so auf die Nerven gerade. Okay. Hm, 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 hm. Vielleicht hoch. Es ging ja noch nach oben. Vielleicht muss ich nach oben. Ich trau mich nicht, wenn der da ist. Ich trau mich wirklich nicht. Kann der Treppen hochgehen? Aber wo ist der denn? Hm, 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 hm. Wir naen, remembered Estado. Hm, 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 hm. Erließ. Ok. Da vorne war was? Ich weiß nicht, aus welcher Richtung er jetzt kommt oder wohin er geht. Kommt er hier rein? Oder ist das jetzt ein Bug oder sowas? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sich nicht richtig bewegt. Aber er war doch schon hier drin oder nicht? Ich habe seine Taschenlappe gesehen. Er ist hier in der Ecke. Hier, hinter der Wand müsste er sein. Hat er das nicht gemerkt, dass ich die Tür zugemacht habe? Ach komm Leute! Der ist hier hinter der Wand. Was mache ich denn da? Ich kann doch jetzt nur sterben. Was ist der denn? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Was soll ich tun? Wo bin ich jetzt? Ich bin im zweiten Geschoss. Ich muss hier vorne hin. Und da wo er gerade steht. Toll! Flutaste! Flutaste! Wie komme ich jetzt da hin? Warte! Ich habe auch versucht, ihn abzulenken oder sowas. Wie geht mir so auf die Nerven? Kann er nicht mal weitergehen? Vielleicht gibt es ein Muster in seinen Bewegungen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, er geht dreimal nach hinten und dann dreimal nach vorne. Das heißt, ich muss die Zeit nutzen, wenn er nach hinten schaut. Im Moment sieht er mich nicht. Das ist gut. Ich muss diesen Zeitraum dann nutzen, dass ich jetzt hier verschwinde. Jetzt leuchtet er nämlich hier wieder aus zweimal und dann wieder auf der anderen Seite zweimal. Und ich werde jetzt gleich die Gelegenheit nutzen, eben durch das Treppenhaus. durch das Treppenhaus suchen. Eins, zwei. Dies hat er jetzt dreimal in meine Richtung gemacht. Das hat mich verwirrt. Nicht mich sehen. Nicht mich sehen. Zwei. Zwei. Jetzt war es wieder zweimal. Eins, zwei. Oh Gott ey Leute. Scheiße. Aua, 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 aua. Aua. Auf. Scheiße. Was soll ich tun? Das war eine doofe Idee, den hier lang zu laufen. Hä? Ist er hinter mir? Wieso ist er abgeschlossen? Ja. Ich muss halt ein bisschen laufen, ein bisschen Herzinfarkt gekriegen. Wo sind die Moskitos, wenn ich sie brauche? Ja, ich kriege gleich einen Herzinfarkt oder was? Das ist auch noch hinter mir. Ich will nicht gucken. Oh, hier. Genau, da war ja was. Da war ja was. Oh, Leute. Intermainbeating 2. Ah. C'est la vie, la vie. La di la di 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 di. Isolation. Und ich kriege gleich mehr zerfuckt. Zumindest die im Spiel. Ah, Leute. Leute. Oh. Okay. Was geht hier ab? Leute, was geht ab? Was geht ab? bspw. Der Musikraum. Der Musikraum. Music Room Ghost. Der Diffelung Tant of Ghost. Vielleicht die Piano... Och, nö. In jeder stimmischen Nacht sitzt er da und spielt Piano und Unkeln. Das ist stimmisch. Oh, Leute. Ich hab' meine Klischees und immer, da ist auch jeder im Stift. auch was? Eine Karte. Schön. Wo ist denn der Musik kommen? Wie viele? 4 Stück. Musikraum. Okay. Kunstraum. Biochen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Ruhe. Erstmal geht es vor dem alten Kontroll-Device. Okay. Okay. 0,0,0,0. Ach komm. 4x0 funktioniert immer. Scheiße. Oh. Wo? Was? Hä? Welche Tür war das? Ich habe doch nur die Tür aufgemacht, dass der ich gekommen bin. Ich lasse die auf. Ich lasse die auf. Man weiß nicht. Oh. Jesus. Bei einem fertigen Flo. Gott ey. Das ist das für eine kranke Schule. Ach nö. Wo ist der? Ich dachte, ich bin denn los. Wir liest uns für ein paar Minuten. Wo ist denn das Telefon? Okay. Da kommt jetzt die einzelnen Räume ab. Okay. Ich werde jetzt hier. Okay. Er kommt rein. Ja. Nein. 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 Du siehst mich nicht. Au. Nein. Au. Lass mich in Ruhe. Ja. Ich bin. Ich bin. Du bist gemein. Kommt er hier rein? Nein. Er kommt hier auch rein. Aua. Du voll Idiot. Ich Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze erstmal und, ähm, ja. Fang richtig, beim nächsten Mal, ich weiß nicht, welcher Part das ist gerade, ähm, fang richtig, bye bye. Morgens halb 10 im Calling Center, um sie anschließend an Bombenhalsbändern in seiner Weihnachtsfabrik dazu zu bringen, die Maschinen am Laufen zu erhalten. Thema Sklavenarbeit und so. Ja, ja. Let's go, bis da. Oh, das ist mir ein bisschen fies, dass hier die ganze Schule gerade untergeht, psychischen Terror mit dem Hausmeister und irgendwelchen Komischen.